Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Folge, Far Cry 4. So, wir müssen jetzt da irgendwie rauf. Gibt's da so ein Ding zum raufgehen? Wir haben hier super geparkt, wie ein Weltmeister. Ich hasse es, sich so Wege zu suchen. Das nervt mich hart. Also eigentlich hasse ich es nicht, eigentlich ist es voll spannend. Aber nicht, wenn du jetzt nur so eine Kleinigkeit höbelst. Da musst du halt so voll den komplizierten Weg gehen und dann zurück und Story weitermachen oder so. Wenn es nicht zur Story gehört, wenn es halt nicht so ein Pflichtding ist, dann ist das irgendwie... Hm. Meh. Was wird das denn für ein Zeichen da eben? Ist mein Auto jetzt weg? Nein. Oh, Bär. Nice, Bär. Renn! Spring! Seh dich! Oh, dein Pfeil. Wackelt der da mit seinem Pfeil so? Los! Mal Bärenfeld! Hat er da eben irgendwas erlegt? Ist ein Kreuz auf der Karte? Ein Typie? Oh ne, hab ich den umgefahren? Bei mir weiß man ja nie, dass ich alles so umfahre. Ich hab doch die ausgemacht. Warum ist denn der jetzt wieder an? Oh, meine Katze war unter meinem Bett, weil sie Angst hatte. Das ging nicht aus. Das geht nicht aus, so. Ah, noch hoch? Ja. Oh, halt, stopp! Können wir noch was verkaufen? Sorry, wir müssen aber eben da parken. So, Sachen verkaufen. Ja, Bärenfeld. Oh, brauchen wir irgendwas Bärenfeld? Also, ich kann mal nachgucken. Fähigkeiten haben wir noch ne Herstellung. Brauchen wir noch dieses Schneeleopardending. Oh, Tua Fashion Week müssen wir machen. Sorry. So, meine Katze sitzt jetzt da schön. Mit der Fensterbank. Wer ließ? Können wir da irgendwie hoch? Ja, wir müssen noch da hoch, oder nicht? Nee, wir müssen da irgendwo rein. Eine Höhle oder so? Ist hier eine Höhle? Da müssen wir da wirklich hoch. Da geht's hoch. Wir gehen da mal hoch. Tut mir leid. Hallo? Wann kann ich mich denn da ranhangeln, aber nicht da ran? Ist ja komisch. Okay. Ups. Ui. Wow. What the fuck? Wird das jetzt relevant? Nee, dann kommt man ja da rüber, ne? Bist man da rüber? Jetzt auch lang. Und hoch. Langeweg hoch. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Jetzt müssen wir wieder runter, oder was? Oh, komm, mein Gesicht. Ach du Scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Dann wollen wir hier mal runterklettern. Hey, waren wir schon mal hier unten? Nee, ne? Der hat das gerade nur entdeckt. Dann wollen wir mal nach ganz unten. Wenn ich da jetzt reinspringen, kriege ich Schaden. Ach, Wingsuit. Da sind Fischis. Ich hole mir jetzt mal die Kisten hier. Kann sein, dass meine Katze irgendwie miaut, oder irgendwie sowas. Sorry. Halten zum Heilen. Ja, wir schwimmen ja schon nach oben. So, haben wir richtig abgesahnt hier. Kommen wir noch Rüstung. Was ist jetzt die andere Kiste hier? Hä, bin ich blind? Was soll irgendwo hier sein? Hier oben. Ich will mal da hinten durch. Uh, was ist denn hier? Nix. Kann ich gar nix hier aufmachen? Wahrscheinlich. War hier nur der eine Fisch drin? Am Anfang dachte ich noch, das wäre volle Gruppe-Fisch, ne? Und da habe ich diesen einen Fisch gesehen und dachte immer nur... What? Der ist ja riesig. Also stell dir vor, du stehst also so in so einer Kante. Und dann so... Oh! Nein. Oh, da gibt es ein Dingsi. Schmeißt du deinen Haken so ran, ja? Und dann so... Ja. Sprichst du einfach mal los. Voll gegen den Stein. Geil! Jetzt will ich den Brief da haben. Das war meine Katze. Aua. Ich muss gleich mal meine Tür wieder zumachen. Ja. Gut. So, Moment. So, weiter geht's, Leute. Ich habe M gedrückt, aber ist okay. Ich wollte die Karte haben. Schnellreise hin, machen sie für Steller wieder dort, ne? Wir kommen doch irgendwann zu der Mission, sorry. Ich möchte ja hier alles mitnehmen, egal wie lange das Let's Play dauernd wird. Ja. Gib mir mal lieber ganz viel Stuff. So, hier haben wir alles. Ich kaufe jetzt mal irgendwelche Sachen, okay? Falls das auch in eurem Interesse ist. Sachen, die ich kaufen kann, kaufe ich jetzt einfach mal. Ah, dieses Shotgun, ne? Die abgesiegte Schrotflinte. Immer wenn ich die sehe, denke ich mir so, oh, du nervst. Ich glaube, wir kriegen immer genug Geld zusammen. So ist das jetzt nicht, ne? Ja, ihr müsst jetzt dabei sein, wie ich hier meine Sachen kaufe. Ähm, fucking MG. Achso, ähm, hier am 7. kommt, glaube ich, am 7. März kommt, ähm, Tom Clancy, Ghost Recon, White Lanes raus. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich dazu Videos mache. Falls ihr Bock darauf habt, sagt Bescheid. Ich werde es aber nicht alleine spielen. Also, sicher nicht, weil, ähm, Hallo, ich spiele es natürlich mit Leo. Wir haben das ja auch in der Close Beta gespielt. Die Omen Beta habe ich nicht gespielt, da war ich nicht zu Hause. Bin das nicht. Aber wir haben das in der Close Beta gespielt und das war so geil. Also, wir sind so oder so ein richtig gutes Team, deswegen, das ist echt geil. Macht mir sehr viel Spaß. Ja, kauf mir möglich, hab ich schon verstanden. Karten haben wir alle, ne? Oh, wir sind jetzt richtig viel Geld losgeworden. Sprengpfeile, guck mal hier. Brandpfeile, können wir uns auch gönnen. Oh, haben wir sowas noch nicht? Das haben wir von allem allen, ne? Und, äh, ja. Danken kann, bleibe ich beim goldenen Pfad. Ja, ja, ja. Das ist toll, dass du... Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann, deswegen bleibe ich, äh, danken kann, deswegen bleibe ich beim goldenen Pfad. Ja, als mein Sklave oder wieder was. Wenn du das gerne machen möchtest, mach ruhig. Ich zwing dich nicht. Hm. Für den König! In den Arsch! Denk ich mir auch immer so. Tut mir leid. Ach, die Scheiße, da muss ich denn... Also, kann ich da noch was absnacken? Ich will noch was absnacken. War doch hier vorne, oder? Oh. Hm, der hat einen grauen Bart. Interessant. Moin! Hör sich ja, lass mich mal labern. Dein Ernst, du willst labern und dann, dann sagst du mir nix, wenn ich dich anlabere? Oh, Adler, Adler. Oh, der war daneben. Ja, der auch. Oh, ich versuche es jetzt gar nicht weiter. Warum machen die denn das Radio immer wieder an? Ich verstehe das nicht. Echt. Sorry. Mal kurz. Das ist irgendwie unter mir. Kann ich hier irgendwie runter? Hä? Wieder rauf, oder? Nee, das ist da unten. Ist hier irgendwie eine Höhle, oder so? Wahrscheinlich eher unter mir. In den Kopf. Oh, bäumt sich sogar auf. Ist aber nett. Sorry. So, ist jetzt irgendwie eine Höhle. Ich will da ran. Pass auf die Krallen auf. Ja. Ich glaube, wir kommen da nicht ran. Aber ich will da hoch. Müssen wir da hoch? Komm, wir laufen. Wir gehen da mal hoch. Wir haben ja Zeit. Wir haben es da nicht eilig, ne? Tschö, Krötis. Wir nehmen uns die Zeit, Leute. Wir nehmen uns die Zeit. Na, immer diese Adlerprobleme hier, ne? Das ist schon krass. Ähm, klettern. Yeah. Oh, ich habe gestern... Oh, ich liebe ja Kandos heute, ne? Lebst da immer noch. Oh, guck mal, hier geht's zu. Und, oh, ich habe gestern wieder Kandos da gespielt. Ähm, es ist lange her, dass ich Matchmaking gespielt habe. In meinem Account. Oh, es hat so Spaß gemacht. Ich könnte das immer machen. Leider nicht so viel Zeit dazu. Eigentlich würde ich das auch voll gern aufnehmen, aber ich weiß immer nicht, was ich da auf... Ups, ey. Es ist relativ langweilig, was ich so mache. Weiß gar nicht. Ah, vielleicht sollte ich das einfach machen. Das ist unter mir jetzt, ne? Ganz viele Haken. Tadaa! Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, langs... Rück... Rückgrat. Immer dieser... Ups, ich habe die Tasse gedrückt. Sorry. Aber dieser leicht religiösen Länder, ne? Das ist total schlimm. Ich gucke ja momentan, ähm, hier... Ähm, hier... Horizon, Zero Dawn, ne? Die sind da auch so religiös. Das ist krass. Eben war das Seilzende. Das habe ich ganz genau gesehen. Ich könnte sowas nicht immer mit ihrer Mutter. Urmutter und irgendein Scheiß. Muss ich da lang? Muss ich da hin? Oh Gott, sie ist eben... Mir ist es gar nicht angezeigt. Doch da oben. Aber die Story... von dem Spiel ist richtig gut. Finde ich toll. Ich dachte, man könnte sich da... abstützen oder so. Na gut, die Folge ist auch wieder zu händen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein! ARD Text im Auftrag von Funk MDR 2015 Vielen Dank.